Hallo, mein Name ist Berit und ich studiere hier in Oldenburg an der Jade Hochschule im Master Architektur und konnte im Rahmen dieses Studiums die Zertifizierung zum DENA Energieeffizienz-Experten machen. Und das finde ich total cool, weil ich glaube, dass das ein total wichtiger Schritt ist, um in Richtung zukunftsfähiges Bauen zu gehen und wir dort eben uns mit Energieeffizienz beschäftigt haben und Gebäude bilanzieren.